Servus und hallo, sagt der DJ Nikke. Es gefreut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei Big Ambitions, bei den großen Ambitionen hier in New York. Ja, ich seht schon, ich bin ganz entspannt, denn es ist noch die Pause. Wir haben Sonntag und zuallererst, ich werde jetzt erst mal ganz kurz schauen, haben wir unseren Laden am Sonntag eigentlich geöffnet? Ich denke ja. Wir müssen auf alle Fälle, das ist für mich der nächste Plan jetzt erst einmal. Ja, wir haben Sonntag geöffnet, dann machen wir das jetzt anders. Wir machen heute zu und schauen, dass wir jetzt rechtzeitig in die Business School kommen. Da schauen wir jetzt mal schnell, wo die ist. Hier oben, Manhattan Business School. Da müssen wir hin und machen einen Marketing-Lehrgang, damit wir dann Leute einstellen können. Witzigerweise, ich habe gar keine Ahnung, also man macht es im Tutorial, macht man das so. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt machen muss, aber naja, schaden tut es nicht. Der schließt in 14 Stunden, da müssen wir also jetzt schauen, dass wir da möglichst schnell dann sein, denn der Unterricht dauert zehn Stunden. Und wie ich hier sehe, so einen kleinen Happen essen sollte man auch noch, weil, ja, das kostet sehr ganz schön und wie gesagt, zehn Stunden sind wir dann unterwegs. Wir haben also nicht so viel Zeit, uns dann zu verpflegen und ich will nicht, dass er uns dann zusammenklappt. Also, rasch hier Lebensmittel, zack, essen und raus geht's und gleich zur Business School. Bin ich da jetzt richtig, oder? Wann mit dieser Karte, das macht mich noch verrückt. So. Jetzt habe ich es aber nicht markiert, oder? Na ja, die werden wir jetzt schon so finden. Also, auf zur Business School und wir machen den Unterricht. Ich bin, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht. Also, ich finde es schon ziemlich cool. Äh, 1000 Dollar am Tag verdient. Also, das ist echt nicht schlecht. Glaub, hier sind wir schon, oder? Jawohl, Business School, sehr schön. Na, dann schauen wir mal. Ich muss die Karten immer ein bisschen so drehen, weil wir halt eben leider nicht mit dem Wasser. So. Ähm, Management Grundlagen. Das war, glaube ich, das Erste. So, was haben wir? Null von zehn Stunden. Dann machen wir zehn Stunden durch. Kostet 300, endet um 17.50 Uhr. Wir haben gegessen, wir sind fit. Machen wir gleich. Oh, wir lernen und büffeln und büffeln und büffeln und lernen und Vorlesung und tralala. Oh, super. Haben wir's. Okay. Weiß jetzt nicht genau, was sich denn jetzt eigentlich geändert hat. Aber okay. Okay. Ich weiß auch nicht genau, wann man das mit dieser Betriebswirtschaftslehre machen muss. Waren wir auch noch. Klar. Waren wir irgendwann auch noch. Wenn wir vielleicht dann mal noch. Also, jetzt können wir Personal einstellen. Und das Personalbüro, wenn ich es noch auswendig weiß, war, glaube ich, auf der anderen Seite. Oh Mann, lauf du halt. Jetzt tut mir leid. Das ist mit der Steuerung. Ich kriege es irgendwie noch. Ja, bleib mal kurz stehen. Danke. Vielleicht sollte ich einfach nicht so hektisch reagieren. Geht nämlich alles relativ einfach. So. Ja, ich denke, recht früh können wir heute sowieso nicht mehr machen. Den Laden brauchen wir nicht mehr aufmachen. Wir schauen jetzt einmal schnell. Ich schaue jetzt gleich mal, wo ist denn diese... ...Schule haben wir jetzt. Wo ist denn die Personalvermittlung? Die ist bei... Ah, da vorn. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 17 Uhr. Die haben schon geschlossen. Okay. Na denn. Normalerweise hätte ich... Jetzt vertreiben wir uns ein bisschen die Zeit. Laufen wir ein bisschen rum in der Stadt. Macht ja eigentlich überhaupt noch gar keinen Sinn. Würde mich aber gerne mal so ein bisschen noch umschauen. So bestimmte Sachen. U-Bahn-Station. Wo ist denn eigentlich die nächste U-Bahn-Station? Hier ist eine. Da vorne. Ah, okay. Ja, blöd. Recht zentral. Zur U-Bahn sind wir nicht. Aber... Schaut mal, diese geilen Gebäude. Die kommen sie dann später. Supermarkt. Quick One Shop. Was soll ich denn da anbieten? Wo kommen wir denn? Nur mal so Interesse halber. Wenn man jetzt Büros mietet. Ah, tatsächlich hier. Ah ne, ist es das? Dahinter ist das. 660 Quadratmeter Büros kann man da zum Beispiel mieten. Da kann man dann... Eben, das ist hier dieses Eckhaus. Kleinstberuf, 75 Quadratmeter. Ja, da kann man dann so richtige Organisationsbüros aufbauen. Anwaltkanzleien, was man alles eigentlich so gründen kann. Das ist ziemlich cool. Hör an, weil es kein kleiner Spiritiose, Agent für Webentwicklung... Für Webentwicklung, also das alles kann man irgendwie machen. Man kann, glaube ich, auch noch viel mehr machen. Was ist denn eigentlich... Was ist denn eigentlich mit einem Donutladen? Da hätte ich echt Bock drauf. Ich meine, wenn wir... Wenn wir kein... Wenn es keinen gibt, sollten wir einen aufmachen. Was haben wir denn bei uns hier in der Straße noch für Läden? Schauen wir uns mal das an. Büro, Wohnbüro, Einzelhandel. Gebäude zum Vermieten. Achso, ja gut. Wir haben hier vorne 225 Quadratmeter. Boah, das ist schon ganz schön groß. Hier hätten wir noch zwei nebeneinander. Oder 75 Quadratmeter, 75 Quadratmeter, 75 Quadratmeter. Ja, es ist natürlich alles schon sehr... Wie soll ich sagen? Ja, es ist schon sehr einseitig, was die Unterschiede angeht. Aber gut, man darf ja nicht vergessen, wir sind immer noch in der Early Access Version. Also ich hoffe mal schon, dass da noch einiges dazukommt. Mehrere Gebäude, verschiedene Größen und so weiter. Na gut, dieser Verkehrsindex 10, das bringt natürlich gar nichts, wenn wir jetzt schon 18 haben. 23 wäre schon besser, vielleicht hier einen Donutladen. Wie man immer das auch anstellt. Okay, das sind nur so Gedankenausflüge. Im Moment müssen wir erst einmal noch ein bisschen Geld verdienen. Und vor allen Dingen, das nächste Ziel wäre also, diesen, unseren Laden autark zu bringen. Das bedeutet, jetzt gehen wir mal rein und schlafen, autark damit meine, also wir brauchen ein oder zwei Angestellte, wir brauchen eine Putzkraft. Und wir müssen dann immer wieder eben ja nachliefern, Ware nachliefern. Und auch da kann man sich dann eben mit einem Großhändler einen Vertrag machen, dann liefern die das automatisch. Gut, okay, das dazu. Und jetzt essen wir mal Tiefkühlkost. Mal schauen. Ah, okay, Tiefkühlkost bringt also nur halb Ding. Oder ja, nicht einmal, fast eigentlich nur Viertel. Und frische Lebensmittel bringen dann voll. Gut zu wissen. Dann ist es gescheiter, wenn wir nur frische Lebensmittel kaufen. Okay, wir legen uns hin. Und machen morgen in der Früh jetzt mal heute Sonntag und machen jetzt mal die nächsten zwei, drei Tage mal wieder Geld verdienen. Und zwar noch mit uns an der Kasse und dann schauen wir mal weiter. Und dann würde ich mal ganz gern auch wissen, was uns denn ein Auto kostet. Vielleicht ein Lieferwagen oder dass wir mal mit dem Auto rumfahren können. Ja, weil die U-Bahn ist leider schon unglücklicherweise sehr weit weg. Gut, wir müssen schon wieder was essen. Ich sage mal. Ja, also frische Lebensmittel bringen deutlich mehr. Okay, gut. Wir gehen in unseren Laden und wir haben Montag in der Früh. Wir schauen noch mal nach. Interior noch nicht gestiegen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht da tatsächlich noch ein bisschen Geld ausgeben für einen neuen Boden. Wende hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, okay. Auf geht's. Selbst zuweisen. Wir stellen uns an die Kasse und warten erst einmal. Ich finde das blöd, dass das Regal Inhalte entfernen. Da weiß ich jetzt nicht, ob man die dann wegschmeißt. Da haben wir hinten im Lager. Wie viel haben wir denn? Haben wir da noch irgendwas stehen? Nein, haben wir nicht. Ja, wir müssen also auf alle Fälle dann einmal wieder Vorräte kaufen. Da müssen wir dann in die große Markthalle und da einmal wieder ein paar Kisten kaufen. Und da tut man es sich natürlich leichter, wenn man irgendwie einen LKW hat. Und klar, sonst müssen wir immer alles tragen. Musik, Innenarchitekt können wir hier eigentlich, aber wir können nur Wände und Fußböden machen. Leider keine Musik. Und vielleicht noch Wand. Schauen wir mal. 50, 40. Für das dunkle Holz. Da habe ich schon mal nachgeschaut. Ich muss jetzt nochmal nachschauen. Beziehungsweise, ich übe mal, wie das geht mit dem Ausstatten. 2.250 Euro. Das wären zwei volle Arbeitstage. Das mache ich jetzt. Ja. Mal schauen, ob das überhaupt was bringt mit diesem 45-Dollar-Boden. Gut. Haben wir jetzt gemacht. Und jetzt hoffe ich mal, dass das sich vielleicht auf unseren Umsatz auswirkt. Irgendwelche Deckenleuchte. Also die Dame hat jetzt zum Beispiel keinen negativen Kommentar abgelassen. Ist ja schon mal ganz gut. Kauft auch gleich beides. Sehr schön. Hier drin ist das unangenehm ruhig. Ja, also das ist natürlich blöd, wenn die irgendwas bemängeln, wo sie ja eigentlich gar nicht ändern können. Ach so. Wird gedacht. Ist das... Ja, weil ich die Musik ausgemacht habe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt schauen wir mal schnell. Wobei, die Musik sogar an ist. Aber ich glaube, dass ich die Musik-Radio-Lautstärke nur im Auto spült. Keine Ahnung. Also wenn da jemand noch Tipps hat, irgendwas weiß, dann gerne her damit. Moment, was ist nicht. Gut, okay. Ich würde sagen, wir bringen mal den Montag hinter uns und arbeiten mal wieder fleißig bis zur Erschöpfung. Ja, und das ist wirklich alles am Ende. Wir sind wirklich am Ende und haben hoffentlich jetzt ein bisschen Geld verdient. Ab nach Hause. Essen. Und ab ins Bett. Ja, so ist das halt leider, gell? In New York. Da muss man oft mal nur... Du erlebst eine traurige Phase, in der du nicht isst. Deine traurige Phase ist vorbei. Das ist ja schnell gegangen. Okay, und wir haben zumindest noch ganz schön Geld verdient. Sehr schön. Dann essen wir mal jetzt noch ein bisschen Tiefkühlkost in aller Herrgottes früher. Okay. Ja, ja, mei. Muss ja sein, gell. Man muss ja gestärkt sein. Und fragt keiner so genau. Hier in den Stau, oder wie? Ja, tatsächlich. Gut. Also... Musik... Ja, ja, ich weiß schon, dass es auf ist. Ähm... Ich höre jetzt nichts von der Musik... Ja, man hört... Ja, also das hört man schon ein bisschen. Aber ansonsten... Also die Umgehungsrausgeräusche hört man schon ein bisschen. Aber ansonsten... Und jetzt können wir mal schnell schauen. Bismähen... Ja, also richtig... Ja, also richtig... Richtig verstärkt hat sich das jetzt nicht. Im Gegenteil, das ist eher schlechter geworden. Echt? Habe ich so schlecht gewählt, oder wie? Seltsam. Na gut, wir spulen wieder nach vorne. Wir haben schon wieder wahnsinnigen Hunger. Also das geht im Moment auch recht schnell. Und jetzt müssen wir mal schauen. Und so reichen die Energie. Ja, alles ist weg. Okay. Saugut. Wieder heimschleicht. Total am Ende. Aber wir haben wieder ganz gut Geld verdient. Also das ist ganz cool. Oh, wir brauchen unbedingt... Frische Lebensmittel. So, jetzt legt ihr mal hin. Und jetzt folgendes. Wir stehen jetzt mal ein bisschen eher auf. Ich denke, wir müssen mal schauen, wie das ist mit diesem Putzen. Wir müssen auch mal unseren Laden auf Vordermann bringen. Also, wir haben echt weniger verdient wie am Anfang. Wir verdienen echt weniger. Und das Tintarier wird schlechter bewertet. Vielleicht wegen der Sauberkeit. Könnte es sein. Na, dann schauen wir uns das gleich mal an. Es ist jetzt noch früh am Morgen. Klick to get a mob. Okay. Aha. Und jetzt ja, wie können wir jetzt... Ah, da sieht man diese Fußspuren. Okay. Na, ja, er zockt das schon an. Aber wie wische ich denn jetzt? Das kann ja... Sorry, ich weiß ja noch nicht so genau. Ah. Okay. Ach, man muss nur hingehen an die Stelle. Alles klar. Und dann verstehe. So. Okay. 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 So, ist jetzt alles wieder sauber? Ja. Eine Sauberkeit. Da unten steht es. Also manchmal kann man schon dumme Fragen stellen. Entsorgen. Entsorgen. Heißt abstellen hoffentlich, oder? Ja. Entsorgen. Ah, ein bisschen komisch. Okay. Und hier. Was haben wir denn hier? Was will er uns damit sagen? 84 Produkte, die das da... Die Produkte ausgehen. Bleib jetzt die. Ah. Sehr schön. Jetzt können wir es endlich auch verrutschen. Super. Das wollte ich auch. Okay, 84 und 139. Okay, das reicht noch ein bisschen. Wie viel haben wir denn? 7 Uhr. Gut, der Laden macht gleich auf. Aber Mist, wir haben nichts mehr zum Essen. Dann gehen wir noch mal kurz heim. Schön, dass wir nebenan wohnen. Essen noch ganz kurz was. Dann müssen wir... Ja, reicht. Jetzt haben wir noch jeweils eins. Wir müssen unbedingt mal wieder in den Supermarkt zum Einkaufen gehen. Super. Aber jetzt wird erst mal verdient. Und das würde mich jetzt interessieren, ob sich das jetzt eben auswirkt mit der Sauberkeit. Das hoffe ich doch. Gut, wir spulen vor. Moment, passiert nicht so viel. Äh, alles weg. Gut, das kostet mittlerweile so viel Energie. Vielleicht sollte man dann die Stunden ein bisschen verkürzen. Das will ich jetzt wissen, Bismähen. Sauberkeit kann ja eigentlich nicht sein. Es ist ja alles blitzblank sauber. Vielleicht müssen wir da erst den nächsten Tag abwarten. Ach so, der hat uns jetzt tatsächlich rausgeschmissen. Okay. Dann müssen wir das jetzt anders machen. Nein. Wir müssen wirklich da eventuell die Stunden verkürzen. Oder uns jetzt wirklich langsamer Mitarbeiter suchen. Dann machen wir mal zehn Stunden. Von acht bis 18 Uhr. Dann können wir danach eventuell auch noch ein bisschen was einkaufen. Ja, wer ist denn jetzt unser letztes Zeug? Dann legt die mir hin. Schlafen bis um sieben. Seltsam. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Wir verdienen immer weniger. Wir haben am Anfang draußen jetzt immer weniger. Gut, die Sauberkeit ist jetzt da. Das Interior wird schlechter bewertet als zuvor. Das, wenn ich gewusst hätte. Da muss man also anscheinend ins Interior tatsächlich richtig die teuren Sachen integrieren. Weil sonst kann man nicht weiter. Aber die Zufriedenheit ist gestiegen. Okay. Ja, weil halt alles sauber ist. Gut. Okay. Müssen wir weiter probieren. Vielleicht mache ich das Ganze irgendwie falsch. Aber wir gehen jetzt mal schnell in den Supermarkt. Der war doch hier. Hint er mal. War doch hier gegenüber, oder? Da ist er. Der öffnet erst um elf. Ihr habt so eine Arbeitsmoral. Dann... Dann... Nein, halt. Ich überlege jetzt gerade. Ich überlege jetzt gerade. Weil am Anfang ist es eigentlich gut gelaufen. Jetzt läuft es nicht mehr so gut. Haben wir zu viel zwölf Stunden. Das ist zu lang. Das haben wir jetzt eigentlich schon für alle. von neun bis 18 Uhr. So, und machen... So, und machen... Morgen... Freitag... Lasst mal zu. Ja. Morgen am Freitag lassen wir mal zu. Damit wir unsere... Wir müssen zum Einkaufen gehen. Müssen mal Waren einkaufen. Ja, also anscheinend war das mit dem Innenarchitekt mit dem billigen Böden. Woher sollte ich das wissen? Da muss man also anscheinend doch wirklich das teure Zeug nehmen. Marmorboden, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das ist ja Wahnsinn, was kostet dann das jetzt? Jetzt mal angenommen, wie man jetzt hier am Marmorboden reinzieht. Das kostet 8.000, das ist ja Wahnsinn. Ah, das können wir uns nicht leisten. Ah, Zeit vorspielen, da läuft die Zeit schneller. Sehr gut, das habe ich noch gesucht. Da, da, da. Oh, okay. wird jetzt echt knapp mit dem Essen. Mach jetzt zu. Überweisung aufheben. Der blöde Supermarkttyp. Also, dass sich die Figur dann auch bewegt, wenn ich die rechte Maustaste drücke, das ist ein totaler Scheiß. Also entweder oder. So, okay, wir gehen einkaufen. Ähm. Können wir noch sehen, so aneinkommen. Gut. Okay. Und. Äh, aufpassen. Verrückte oder was? Ja, älterliche Herrschaften. Gehen noch mal einkaufen. Da muss man drücken. Ach so, ja, halt. Bezahlen sollte man schon. Äh, um Gottes Willen. Das wäre ein jähes Ende in New York. Nicht bezahlt. Verknackt, weil nicht bezahlt. Ich bin jetzt echt froh, dass der genau gegenüber ist. Ja, schön. Ja, schön. Alles klar. Jetzt haben wir, äh, Moment. Esst mir gleich was. Pizza. Machen wir jetzt für die Nachmittagsstunden den Laden noch auf. So. So. Dann, so nach dem Morgen haben wir gesagt, gehen wir dann zum Großhandel, zum Einkauf. Genau. Gut. Dann spulen wir noch vor. Haben wir noch wenigstens ein bisschen was verdient heute. Und sind auch relativ fit. Nein, nicht in den Laden. Ja, zu Hause. Ja. Ja, ihr Lieben, alles klar. Es ist schwierig, das war mir schon klar. Also, wenn ihr den, wenn ihr die Kampagne spürt, spürt man meistens auf leichter, ist es relativ einfach auf schwierig. Ihr seht schon, wird das Ganze schon ein bisschen sportlicher. Und, ja, jetzt werden wir mal schauen, bei den Einnahmen, 500 noch irgendwas, weiß ich nicht, ob wir uns so recht viel Personal leisten können. Also, das muss man sich mal noch durchdenken. Am besten jetzt, wir haben am nächsten Tag jetzt frei, wir gehen zum Großhändler und müssen natürlich Ware einkaufen und müssen dann schauen, dann auch in der Personalabteilung vorbei, also in diesem Personalbüro und schauen einmal, ob man da vielleicht Mitarbeiter bekommen. Und dass man das dann, ja, delegieren können, unseren Laden. Danke fürs Zuschauen in dieser Sendung. Spannend ist es. Und vielleicht können wir uns dann irgendwann, wenn wir Geld haben, auch unsere Wohnung einmal einrichten. Vielleicht Küche oder so. Nein, wir ganz nett. Oder Bade, weiß gar nicht, ob es das Bade überhaupt zum Kaufen gibt. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick hier bei Big Ambitions. Und ich hoffe, seid ihr in der nächsten Folge wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus. Pfiat's euch.